hier kommen wir gar nicht lang müssen wir hier mal entlang entlang laufen an dem berg was sind wir denn hier hat wald anwesen mord anwesen jetzt schweig jaja was ist das nicht mit mir anlegen ganz schön heißt reicht er tut nicht jetzt das tut die armen hundis die hundis was sind das für geräusche sind das auch so kojoten oder sind das die hunde oder was ich auch jetzt sehen ja dann mal her oder sind das so kleine prärie hunde oder was was ist hier los tütteltobis spritt und snacks wer ist denn der tütteltobi mit dem tütteltobi mit dem treffe ich mich gleich auch noch also mit meinem tütteltobi wo ist denn hier ein lagerfeuer so wir suchen ein feuerchen ja wie sieht's schlecht aus mandrakes vor mehr als 100 jahren errichtete eisenbahnbrücke führt über die schlucht auf die andere seite genauso wie es oben viel zu kalt war es ist hier viel zu heiß das war ein 180 das war ein roundhouse hit das war ein roundhouse hit ja tütteltobis sprit und snacks da gibt's auch noch ne quest bei tütteltobis solaris das klingt aber auch irgendwie oh da gibt's so ein spiele dingens was ist denn hier los jetzt ach hier ist eins leave me alone genug schnell man feuerchen wie viel 10 äh keine ahnung so wird reichen dann gehen wir zu der brücke die wird jetzt repariert ich muss aufhören so komisch zu sprechen boah ich dachte echt was sind das für überkranke gegner als ich die das erste mal gesehen habe und ähm joa die sind gar nicht so schlimm also die sind schon stärker als die anderen aber ist wie bei dark souls einfach umrunden ständig die gegner schweig schweig ein gutes altes hüttchen ja so wir haben den weg zurück wir haben den weg zurück wir gehen und holen uns die quest beim tütteltobis ab ey warte mal beim tütteltobis da gibt es doch jetzt nicht tatsächlich die teile die wir für die mandrake sache brauchen schweig tütteltobis ich komme erstmal seine bude gesprengt so wir lesen das hallo tobi ich habe die übliche wöchentliche lieferung vorbeigebracht sieht aus als würde die lebensmittelknappheit schlimmer einige sachen sind einfach nicht mehr zu kriegen steht alles im lieferschein aus der straße ganz in der nähe ist außerdem ein anderer laster stecken aus der straße auf der straße ganz in der nähe ist außerdem ein anderer laster stecken geblieben wohl mit irgendwelchen eisenbahnteilen überall gibt es ausgangs und straßensperren und der fahrer meinte der wagen müsse eine zeitlang da bleiben bis sich die lage bessert ich hoffe das passiert bald bis nächste woche bis nächste woche dann anna anna so auf der straße ganz in der nähe ist außerdem ein laster stecken geblieben ja tschüttel tobi hier ist äh hier wo ist denn hier ist die straße ganz in der nähe da ist die da drüben hier ist noch irgendwas was ist denn hier ist doch nichts hey wollt ihr mich ärgern hier beim tschüttel tobi ist doch nichts mehr sonst tschüttel tobi ich sag das echt gern ja die straße ist aber da abgebrochen hier ist ein bus bei dem deiner da war doch jetzt aber hier kann man dann später ja ja halt die schnauze hier sieht es aus wie ein lkw katsching ist das der lkw ne da muss da muss ja irgendwie eine straßensperre hier sind mehrere lkw okay hmm i don't understand hmm was hat denn die anna gemeint wo das ist wo ist denn die straße die die meinen in der straße ganz in der nähe auf der straße ganz in der nähe hä meint die hier irgendwo hier kommen wir nicht rüber hier ist alles dicht die straße ganz in der nähe und da blinkt es auch noch wer hat da irgendwas verpasst oder habe ich irgendwas nicht gesehen oder wie w w w w w w w w naja anna sagen wir doch mal wo das ist wir gehen jetzt nochmals im titel tobi kein plan was die meint hier ist ein lkw aber der hat nichts geladen es ist das hier tüttel tobi lkw das heißt nicht so aus als wäre eine straßensperre gewesen oh man will mal da lang gucken wir sollten mal unsere vorräte auch aufbüllen mich hat jetzt einfach dass das das quest zeichen da in der tankstelle oder in diesem kleinen lädchen noch total verwirrt mh bambi wir gehen jetzt straight zu dem verbindungsturm weg der wird hier so schön lang durch den wald straße häuser so ihr vagabunden und wegelagere meint ihr meint es ernst ne ihr meint es richtig ernst oh ich habe nicht gelesen wo wir sind westhafen kais ein hafen einen hafen haben wir hier auch noch schön schön jetzt mal an die volle antenne hier warum fehlt uns das ach so hier ist der krone ist der krone sender schüttliche frequenz jawohl hier ist auch ein feuerchen kann man auf dem rohr langlaufen ja schwimmenden docks beruhig dich auch fällt mir gerade ein wir wollten ja mal die vorräte aufbüllen das wollen wir doch mal machen wenn wir hier in der nähe schon feuerchen haben und dann decken wir ja noch ein bisschen mal die docks würde ich sagen ach ja können wir noch können nur hier die aber da wollte wollte ich die cpus noch behalten habe sonst aktuell wohl nüchte was gibt es denn hier hier ist richtig was los man ist richtig dicke was los och gott dass die zweite mine die war absolut nicht geplant die war nicht geplant man rechtsklick naja heute stört man ein paar mal das soll auch hier muss auch mal sein eine ist dann auch drin ne und zwei wenn ich mir wieder selbst hier und man naja war geplant so war geplant jetzt ist das irgendwie auch echt ein cooler abschnitt von dem spiel ist hier noch schön so docks hätte ich nicht erwartet die container können wir noch nicht kaputt machen naja scheint wichtig zu sein naja mal gut zu wissen dann gibt es hier wohl auch eine quest dann gibt es hier wohl auch eine quest ich finde es auch echt cool dass jedes gebiet hier irgendwie auch seine daseinsberechtigten hat weil es gibt es halt hier die dinge drüben gibt es die dort gibt es das und so weiter und so fort immer es gibt immer irgendwo was und hier haben wir halt jetzt irgendwie auch eine aufgabe denke ich aber was haben wir für eine aufgabe hier haben wir nichts hier auch nichts die filing cabinets auch nicht dann wandern wir mal hier mama dann wandern wir mal hier wieder rüber hier ist umzäunt auch nicht raus weil wir die mauern noch gar nicht zerstören können hier war noch ein radio nehmen wir mit krass krass naja hätte ich hätte gedacht ne ich habe das eigentlich auch anders mir vorgestellt hier gibt es noch ein dörfchen brennstoffzelle achso wir hätten ja hier direkt zugang gehabt ne ja wir haben das hier wir können hier lang hier lang scheinbar noch nicht gibt es noch was gibt es noch was gebot oder so mhm seems to be seems to be hier dann auf mit uns zu mandrakes mine oh da war noch ein radio ach shit jetzt bin ich da so doof außen rum gelaufen an das habe ich nicht gedacht Leute, denkt euch nichts Was ich heute schon zusammengezuckt bin In den letzten 50 Ne, das sind sie noch gar nicht In den letzten 40 Folgen nicht Das letzte Mal mit diesen Stachel 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 Stachel, Stachels Stachel, Hainis Keine Ahnung Ähm Hier Haben wir das verstanden? Ich glaube nicht Ich glaube, dass der Mann ein ziemlicher Penner ist Ziemlicher Penner Ja Ich würde auch sagen Hier Machen wir für heute mal Im Cut Und beim nächsten Mal Fahren wir dann gleich mit dem Zug los Reparieren das Ding Die olle Maha hieß die Lokomotive Reparieren wir das mal Und dann Schauen wir mal darüber Was es da so gibt Und holen uns wahrscheinlich Dann auch bald schon die nächsten Brennstoffzellen Wir haben jetzt hier noch Hier in der Mitte das Gebiet Wobei Was ist hier los? Hier ist ein Terminal Ah, hier ist ein Terminal zur Crown Station Wir haben hier noch Mystery Island I don't know Und Ja Ich bin gespannt Was wir noch haben Wenn man den Wolken hier immer Glauben schenken kann Vielleicht Äh Ne Oder Ne Ich spekuliere da jetzt mal nicht Wir müssen hier noch jede Menge Solche Dinge finden Wir haben noch ein paar Bunker Wir haben noch jede Menge zu tun hier Hier ist noch ein Obelisk Den wir nicht erledigt haben Überall diese Fragezeichen Da müssen wir auch hier irgendwo hin Die Brücke reparieren Ja Wir haben auf jeden Fall Jede Menge zu tun Und Wir stürzen uns dann nächstes Mal wieder In die Abenteuer Jo Ich danke euch fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like und ein Abo da Und Wir Hören Sehen Riechen Uns Beim nächsten Mal Bis dahin Macht's gut Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal